hallo meine kleinen zombies wir sehen uns auch schon wieder gestern war mein geburtstag und ich habe hier ein geburtstagspaket von meiner sabrina san von meinem kleinen baumkuchen und das packen wir jetzt mal zusammen aus es ist schon schwierig noch einen tag warten zu müssen bis ich es auspacken kann ich sehe schon was feines das hole ich direkt mal raus und zwar das ist ein täschchen niedlich ach da ist noch was drin man muss bei sabrina san schätzelein immer noch in die täschchen gucken einfach so süß ja es ist noch sehr früh deswegen ist das licht immer wieder fantastisch war es richtig schwer schauen ich hoffe ich krieg das jetzt gefilmt hier gut ich frage gar nicht wo du die herst du hast immer so deine special jetzt sind die süß so die kann ich doch nie benutzen ich muss mir mal so ein battle armband machen dann kommen die da alle dran oh mein gott echt genial genial von jenny san habe ich ein sushi maker bekommen ich habe das dann ausgepackt beim video chat da kann ich herzförmige sushi mitmachen bin ich mal gespannt ob ich das hinbekommen also das ist die karte ich dachte das wäre eine tüte oder so ich gebe mein bestes mein kleiner baumkuchen und spazieren und frische luft schnappen sabrinas hahn was tust du mir an du lump wie kannst du es wagen mir was köstliches zu schicken ich habe noch eine box die mal zum schluss auf oh mein gott das ist die weich mein gott ist das süß ach nee was ist das nie was ist das nicht nach dankeschön und hier haben wir ein memo paper pad schauen wir mal rein das ist ja fantastisch ist das ja cinema roll paket und da haben wir verschiedenes blattwerk muster 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 neues muster und hier geschenk paket passt doch und hier noch eins auch sehr sehr süß dankeschön hier sind noch ein paar paket im karton so jetzt habe ich fertig heiter geht es weiter immer erst mal wieder dieses niedliche geschenk papier ist das schön geburtstag ist nur einmal im jahr ich habe heute friseurtermin nach vier jahren ich war vier jahren nicht beim friseur oh man das kann ja was werden was ist das denn original schokolade sind das stücker das ist ein interessanter sticker bogen ja lecker ich glaube das sind stickern das ist ja der knaller die noch so eine farbpalette und boah sind die schön mein gutnis die werde ich vielleicht auf cover von einem skizzen buch oder so drauf machen mal sehen mal sehen das muss gut durchdacht werden aber das wird schon sinn machen ich habe so viele skizzen bücher und die front ist immer so öde und damit kann man das schon cool aufpimpen mein gott was sind die niedlich wie der der einfach fletzt ach danke schön so ich musste die nase putzen ich merke es selber dass ich schon die ganze zeit die nase hochziehe ich mache schon wieder ach nee batzen sticker ein riesen batzen so was haben wir denn hier feines sind die von td oder ja ach cool ja td habe ich ja nicht mal eben hier ja manchmal so schöne sachen und ich komme nicht dran voll schön pastell dream puff sticker total süß halloin sind die auch vom td ja krass das skelett gefällt mir am besten ach die sind ja süß ach danke sabrina san aber heute ist ja mein nicht geburtstag heute ist ja der zauber schon wieder vorbei viel glück zum nicht geburtstag ach ist das schön aus pushin es ist push oh ich liebe pushy oh aus malbuch das ist ja hier erhaben das ding ist ja groß ha das ist was sie sagt so sorry okay hier oh es ist okay oh ich werde richtig spaß dran haben die rosa bäckchen zu malen wir gucken jetzt nicht alles einzeln durch keine sorge boah ist das schön und food candy ah halloween ah das ist ja perfekt es ist perfekt sushi wie der da hängt die kleine fluffige wurst ja mega geil das papier macht sie gerade selbstständig oh sabrina san dankeschön oh das ist so toll das ist richtig toll richtig nice so jetzt haben wir hier noch ich habe ein haar im mund ähm jetzt haben wir noch das ja enjoy the little things weißt du bescheid die kleinen dinge ja oh 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 ist der plüschig oh 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 the cat is love my cat crazy cat lady ja wenn es nach mir ginge hätte ich noch 50 katzen mehr die sind ja schön die farben sind ja der knaller sehen aus wie bonbons richtig schön was ist das denn sticker flex daran sieht es nicht so ganz da sind diese diese sticker sind enthalten ja oder sie sind ja groß krass riesen sticker flex was ist da los man weiß es nicht so jetzt haben wir hier noch eine card oder eine tüt diese war noch gut gefüllt in der tüte die tue ich direkt in den karton es rappelt im karton also wir haben hier richtig geniale halloween tüten die sind ja mal richtig richtig nice aus gleich 4 3 9 2 so wer zählen können zwei von diesen dann haben wir diesen süßen gegegegeist die sind auch cool ach du findest mal so geniale sachen der ist auch es ist so schlicht aber es ist so schön ein monster und noch mal so ein geist und wir haben noch memo papier platz kleiner das sieht ja auch krass aus die deko ist das die künstlerin gleich zwei stück davon aber was ist das denn der hatte ich das marshmallow und wer die zunge rausstreckte voll konzentriert oh mein gott ist das niedlich sakura blüten und panda das geht immer diese kombine doch sind die süß ja ich habe fertig skusi was los so liebe sabrinas zahn danke für die schönen sachen wollte ich damit sagen total süß wie der kleine plüsch es ist alles so beautiful vielen dank mein kleiner baumkuchen arikato ich hoffe du hattest spaß mit dem video und ihr natürlich auch ja ich werde jetzt alles schön einsortieren da freue ich mich drauf und würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin tschüss 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 tschüss